Als faulen Nuss, ich gehe nicht in Fasching. Ich bin ein totaler Faschingsmuffel eigentlich. Jeden Tag anders, selbstverständlich. Und Sie geht immer als Clowns oder? Ja, wir müssen, wir sind Clowns. Wir sind eine Clown-Gruppe. Ich habe noch ein Teufelskostüm und sonst, ja, das war's. Ich war mal James Bond, ein Verschnitt. Damals war ich als Zivilist. Ich wollte nicht erkannt werden. Heute beginnt ja mit dem gumpigen Donnerstag so die Hochseisort des Fasching. Gehen Sie denn auf den Fasching? Nein, wir sind Faschingsmuffel. Gar nicht. Geh gar nicht hin. Ja, und was dann noch kommt, weiß ich nicht. Ich bin also kein Faschingsmuffel. Ich bin im Fasching also sehr gern dabei. Aber nur durch Freunde jetzt. Nicht, dass ich jetzt was an Fasching mag oder nicht mag. Es geht ja nur ums Feiern und um die Party. Und was verkleiden Sie sich? Das wird nur entschieden. Das ist nur ein bisschen spontan. Ja, auf jeden Fall. Sonst ist ja der Sinn der Sache, dass man sich verkleidet und vielleicht lernt man auch andere Leute damit kennen. So Milka-Kuh oder so fände ich eigentlich ganz cool. Ich bin kein so ein Faschingsfreund, deswegen verkleide ich mich gar nicht. Wie gehen Sie denn auf den Fasching? Heute nicht, auf jeden Fall. Und heute machen wir noch ein bisschen Gaudi und auch Ruhe dann. Ja, mei, so sind wir halt. Und da sind wir halt Augei, richtige Augei. Danke.